Ich bin Thomas Müller, weiß ich Bescheid, und das ist mein Team. Kingsley Coman, Leroy, Sonny. Geil wieder für uns, Alter. Jamal Musialo. Drei, vier. Ich bin Manuel Neuer, und das ist mein Team. Joshua Kimmich. Du musst auch hier den Jubel machen. Lucas Hernandez. Fondo Davies. Wie haben wir dir für eine Torwartlegende gesorgt? Das habt ihr wirklich gut gemacht. Für die, die es nicht kennen, es werden euch Elfer gezeigt. Den Elfer genau so nachmachen, auch mit dem richtigen Fuß. Und wenn es geht, den Jubel, den die Schützen machen, auch. Welches Team fängt denn an? Thomas fängt an. Du persönlich. Ich habe mein eigenes Video gemacht. Thomas wie ein Thomas. Servus, Thomas. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Einmal rechts oben, bitte. Eins hat er gebrochen? Ja, klar, Mann. Wow! Ich weiß nicht Bescheid. Super. Wer bestimmt, ob es super war? Wer zählt damit? Du bist ja der Referee. Ja. Komm, Jaro, komm jetzt! Das ist Julian Gressel von DC United. So, wir könnten das mal versuchen. Schön! Oh ja. Wow! Wie war der Jubel? War der nicht gut? Ja, überhaupt nicht. Der hat nicht getroffen. Du bist so schlecht, dass du ihm das angezeigt hast, ey. Woher wusstest du's? Du hast hier einen Spitzel im Team bei Rot. Nee, Leeroy ist der Nächster. Leeroy, ey. Das ist der Apache. Apache, Stuttgart Herbib. Mach es. Boah! Gut, dass mein Bruder das nicht kann. Du hast den Torjubel nicht gesehen. Können wir noch mal zurückspulen. War keiner. Alles okay, alles okay. Wäre geil, wenn wir einen Grund haben zum Torjubel. Jetzt einfach mit den Sandalen angewatscht. Wie er die Schlagpfalte anzieht. Ja, ein bisschen schuld. Ich dachte, dass ich in die Mitte schieße, oder nicht? Ja! Der war nicht gut. Aber nicht schlecht. War sehr gut. Nee, nee, nee. Wenn ich das mache... Ey, Leeroy, du musst doch hier den Jubel machen. Warst du den Jubel? War nicht schlecht. Ja. Ich bin ganz gut. Ey, Mito! Ich hab den Pfeffer gehalten. So, wenn er mit dem Micho, ich werde eine Feta schießen. Ja, top! Wie geht das denn? Der kriegt seine Hände ab. Ja, du kriegst ja auch Wunder. Ja, du kriegst ja auch so ein Komplikado. Aber du hast echt gut hinbekommen dafür. Ja, ja. Ich hab nichts verraten. Wie geht denn das? Ey, 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 ey! Aber ist noch kein Widerfass. Wer ist jetzt? 0-0! 0-0! 0-0! Ah, Dante! Dante war hier! Da kommt es aber auf dem Jubel an. Servus! Hier steht Salem! 0-0! 0-0! Okay! 2! Was ist das? Schau, 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 schau! Jubel, 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 jubel! King, das Wichtigste ist danach! Ah! Es wird reining, man! Oh! Wenn ich rum... Der muss einfach mit Picker eigentlich auch schießen. Auch Pische macht. Ich habe wirklich Angst. Ich will nicht, dass er es macht. Einmal macht er es. Ah! Und jetzt ist der Wunsch! Kein Tor! Ah! Ein Punkt für uns! Den Punkt geben wir euch! Den Punkt geben wir euch! Ja! 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 Ich bin Taxi Futas. Ich bin DC United Spieler. Und wir gehen mit dem! Ja! 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 Ja, ja! Ja! Komm, komm! Easy! Mit dem Trexer! Schlaggen Schirm! Das ist ein Wahnsinn! Kein Problem! Unmöglich! Greenkeeper! Greenkeeper! Wir brauchen neun! Jamal? Auf geht's, Jamal! Komm, zeig was! Jamal braucht zwei Bälle, aber... Also die Challenge schneiden wir raus! Hallo, mein Name ist Isabel Adams und ich bin aus Washington, D.C., Bayern-Franco. Bambi fünf Mann mit Rückenwärts laufen. Aber das ist egal oder das Rainbow. Perfekt. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe vergessen. Ich habe mehr die Drehung angeschaut. Rolle, Rolle, Rolle. Die kommt noch. Kommt auch auf die Jubel an. 1-0 für uns. Wir zeigen euch jetzt meinen Elfmeter. Rechter Schlapfer. Rechter Fuß. Jubel ist wichtig. Nein, nein, nein. Dein Team, aber Schwarz. Na, du Schwarz! Ich muss jetzt schon mal sagen, ich schläge mich auf gar keinen Fall. Dann geh dann so in die Hocke. Oder mach so, fall so. Wir springen immer die Kugel rüber. Gut von sich, komm. Yes! Jump, jump, jump. Nein, 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 nein. Wir haben noch ein bisschen. 1-1. 1-1. Ja. 1-1. Ja. Passt. Erstes Spielunentschieden. Erstes Spielunentschieden. Ja. Danke, Jaro. Danke, Jaro. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Ja! Rusch, rusch. Alles, was du hast. Bambi, Vollfeuer. Jetzt kann jeder fetzen hier. Und das ist wie? Drunk für den Drunk. Ja. 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 Vielen Dank.